Da die Nächste. Okay, die haben wir ausgeschaltet. Jetzt wieder zurück. Äh, wir sind von hier gekommen, ne? Ah, sind wir hier richtig? Warte mal. Ja, das sieht gut aus. Hier sind wir richtig. Okay. Ich vermute hier lang. Eigentlich muss ich hier durch die Mitte durch, aber das geht nicht. Also gehen wir hier lang. Tag. Da kommt noch ein Wecker dazu, hier. Immer schön alles benehmen. So, die brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt hier rein. Ah ja, Kollegen. Hallöchen, ich muss zu euch. Okay, jetzt haben wir irgendwie eine Bohrplattform ausgeschaltet. Eine von drei oder so ähnlich. Wir schauen mal kurz auf die Map. Ah, guck, da müssen wir jetzt hin. Das ist die nächste dann, die wir ausschalten müssen. Ich nehme mal das gleiche Spiel. Dürfen wir eigentlich hier einen Kleider benutzen? Ist ja viel besser dann. Nee, da geht es nicht lang. Was ist denn hier lang? Und dann denke ich mal hier. Ja, genau. Hier durch. Und da wieder zurück. Also das klingt doch jetzt relativ einfach. Hier lang. Okay, das wird nicht einfach werden. Hier haben wir es gesehen. Ach, Scheibenkleister. Jetzt erst mal langsam. Erst den Diener drüben weg. Dann kriegen wir nicht eher dem Abasum weg. Genau. Jetzt entdecken. Diener drüben weg. ... Das war's. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Eigentlich müssen wir da hin. Kann das sein, dass wir verkehrt sind? Ich denke mal, wir kommen da nicht lang. Wir müssen, glaube ich, hier umzu, glaube ich, oder so, oder? Was meint ihr? Ich gehe mal näher ran an... Wir müssen irgendwie... Ah, sieht ja von hier aus. Müssen wir... Dadurch haben wir uns einmal einen Weg gespart. Hier ist unser Durch einfach. Ja, man tut, was man kann. Vielleicht, was man irgendwie abkürzen kann. Ich meine, äh... Scherereien, ähm... Aus dem Weg gehen kann, sollte man das auch machen, Mensch. Ob den will ich jetzt zurückgehen, weiß ich aber auch nicht. Ich meine, da ist eine Kiste. Mir reizt es mich schon so ein bisschen, die Kiste. Gut, da ist eine Menge los, aber... Ich denke mal, das schaffen wir. Du greifst den an... Ich greif da erstmal an. Guck mal, was ich von den Kleinen nicht rüberkriege. Na, warte mal, jetzt ist aber... Der Große mir wach. Erweben... Ach, das sind mehrere Silberlinien, sehe ich gerade. Jetzt ist mal den Kleinen weg. Aber auch Kleinklick macht, äh... Schaden. So, der ist weg. Jetzt den... Der schubst hier auch noch. So, jetzt haben wir den Dicken nur noch. Irgendwie, die Schaden zusammenden. Lass uns nicht emeritieren können. Stirren hier auf, was ist. Überitas. Es ist auch kurz gewesen. Erweizen wurde eine Wahl und auch diese Halt im Hintergrund schießen. Eine competen. Wenn Sie das Academy ist, ist es so gut würde. Na, siehste, geht doch. Na ja. Wieso mich gelohnt hat, weiß ich auch nicht. Ach, du kommst doch nicht mal rein. Ach, Mist. Ah nee, das ist doch noch falsch gewesen. Ach, was soll's. Dann müssen wir die auch mitnehmen, nutzt ja noch nichts. So, die sind gleich, wenn wir wiederkommen, sind die wieder respawned. Ja, nutzt ja noch nichts. Ich muss gleich hier durchkämpfen dann. Oh, das geht ja einfach. Das ist der falsche Weg. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Ja. Ja. Okay, wir müssen jetzt den Goli vorbei. Okay, ein Wechtfernweg, um da hinzukommen, wo wir hin, was ist denn echt? Nee, wir müssen nicht irgendwo hin. Ah, hier müssen wir hin. Da. So. Oh. 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 Alles ist gut. Okay. Ja, warte mal. 1 und 3. Da haben wir eine. Okay, das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir sehen, wo müssen wir lang. Ich denke mal hier. Irgendwie da rechts. Ist egal. Beiden Seiten sind Wachen. Also gehen wir jetzt hier hin. Guck mal hier. Den Bonus haben wir jetzt schon mal. Dann wollen wir wieder Level Up hier. Geniale Sache. So. Jetzt hier lang. Allen selber links sind wir nicht. Was für eine Aussicht. So, Leute. Das sagst du so einfach. Jetzt erstmal langsam, Nadja. Wir müssen den Planeten retten. Eine Plattform müssen wir noch jetzt ausschalten. Dann haben wir es geschafft. Mal aufsatteln. Wo müssen wir denn überhaupt lang wieder raus. Hier. Das ist klar, dass sie wieder respawned sind. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Du hast dich gesehen. Cool. So. Wo müssen wir jetzt sein? Wir orientieren jetzt mal auf der Karte. Einfach geradeaus. Da hinten hin. Seht ihr das? Da müssen wir jetzt mal wieder dehnen, wie ich ihn nehme, glaube ich. Ja. Gucken, dass sie uns nicht sehen. Uhu. Jetzt der Dicke da. Schnell um die Ecke. Ach, Mist. Er ist doch noch erwischt. Scheiße. Jetzt erstmal langsam. So, der ist schreck. Der Zerenten. Den Dicke lassen wir uns auch noch acht. Jetzt tun wir uns erstmal um die Kleinen hier. So, jetzt der Dicke. Das ist nicht umfallen, Kollege. Ich glaube, es ist ja jedenfalls. Geht doch.